Speziell für eBay C-Place hat Technologieführer C-Place zwei neue Hochleistungsbestückköpfe entwickelt. Der neue CP12PP kombiniert zwei Bestückkopftechnologien. Der Collect-and-Place-Bestückkopf platziert 24.200 Standardbauteile pro Stunde. Größere Bauteile bestückt er mit seinem integrierten Pick-and-Place-Kopf. Alles in einer kompakten Bestückeinheit. Was Ihnen das bringt? Der CP12PP verwandelt alleinstehende Bestückautomaten in vollwertige, hocheffiziente SMT-Linien mit vollem Bauteile-Spektrum. Sie brauchen noch mehr Leistung? Dann setzen Sie auf den neuen CP14. Die E-Speed des CP14, 45.300 Bauteile pro Stunde. Das macht den CP14 zur perfekten Lösung für Standardkomponenten bis hin zu superkleinen 01005 Bauteilen. Egal, ob Sie den CP14 in der ersten E-Maschine Ihrer Linie nutzen oder als Standalone-Lösung für die Submodulfertigung. Sie profitieren von der höchsten Bestückleistung seiner Klasse. Und mit unserer Auswahl an weiteren Bestückköpfen passen Sie jede Linie mit E-Bestückautomaten Ihren individuellen Anforderungen an. Die Linie mit E-Bestückви